Musik Strict hielt sich das Wetter an dem Titel der Skishow, als diese zum ersten Mal in dieser Saison aufgeführt wurde. 150 Protokollisten zeigten Ski- und Snowboardtechnik par excellence beim Schneetreiben im WM-Stadion. Die Skishow wird wöchentlich für unsere Gäste dargebracht. Es ist eigentlich ein Highlight der Woche. Es wird zum einen die Skigeschichte dargestellt und zum einen natürlich das dynamische Skifahren der Neuzeit. Und es macht den Gästen sehr viel Spaß und es ist, wie gesagt, fast ein Muss für jeden Gast, das einmal anzusehen. Musik Great, I think it was really fun. There was lots of different demonstrations and it showed me all the different moves and what you can expect from ski instructors and how the Austrians can ski. Musik Musik Obwohl es so kalt war, war die Skishow echt super. Sie war abwechslungsreich und echt unterhaltsam. Musik Warum die Skische so besonders ist? Sie ist eigentlich einzigartig, weil wir da einen super schönen Hang haben zum Fahren als erstes Mal. Und wir haben da super gute Skilehrer, super gute Demoteams und ja, wegen dem ist es eigentlich am besten. Und natürlich unsere Schanzen ist auch einzigartig, was wir da haben. Musik 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 Musik